Ernährung ist ein sehr, sehr großes Thema im Fußball und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass Ernährung einen sehr großen Impact auf deine fußballerische Leistung hat. Hast du irgendwie ein Pre-Match-Meal, was dich auf den Höhepunkt bringt, wo du sagst, ey, jetzt kann ich perfekt performen, du hast ein Pre-Match-Meal? Ich habe immer das gleiche, auf den Matchdagen. Also auch da Leute, ihr seht, jeder ist individuell, ich würde es zum Beispiel gar nicht so machen, aber zum Beispiel Pasta liebe ich ja auch, wisst ihr, aber jeder ist da anders und vielleicht probiert ihr es ja mal so aus, wie Xavis macht.